Hallo und herzlich willkommen zu Print Your Cash, dein YouTube-Channel, wenn es darum geht, mit dem 3D-Drucker Geld zu verdienen. Und in der heutigen Sendung wird es darum gehen, wie errechne ich eigentlich diese verdammten Druckkosten? Und genau das siehst du nach dem Intro. So, bevor wir jetzt richtig hart in die Materie reingehen, erstmal so richtig generalisiert, was fallen denn überhaupt für Kosten an sich an, die in dem Druck, in dem Zusammenhang mit Druck stehen? Also ein Punkt sind auf jeden Fall die Stromkosten, das spielt immer eine wichtige Rolle. Dann ist das Filament, was auch variable Kosten hat, kommt drauf an, was für ein Filament du verwendest. Dann dein Drucker selber, den du jedes Mal natürlich prozentual ein Stück mit in den Verkaufsmittel reinrechnen musst. Dann sonstige Hilfsmittel wie Werkzeuge und Öle, Fette, um auch deinen Drucker bei Laune zu behalten und immer schön zu warten. Und die Arbeitszeit ganz wichtig, die mit reingerechnet werden muss. Und dann auch sonstige Kosten. Und sonstige Kosten. So, fangen wir mal an, die 3D-Druckkosten oder generell die Kosten aufzusplitten. Und da ist der Punkt 1, die Elektrizität. Und da ist ja nicht nur der 3D-Drucker gemeint, sondern da sind auch ein paar andere Sachen dabei. Das wissen ja auch viele am Anfang nicht. Richtig. Als allererstes würde ich vorschlagen oder empfehlen, holt euch ein Strommessgerät. Und ich hatte mir gleich am Anfang, hatte ich mir gleich mehrere geholt im Dreierpack. Und zwar, um einfach einzeln die Stromkosten wirklich errechnen zu können. Bei mir hat der 3D-Drucker, hat ein Strommessgerät und quasi alles drumherum, was ich benötige, um den Druck fertig zu kriegen und auch die Druckkosten für den Kunden zu errechnen, hat auch nochmal ein Strommessgerät von mir erhalten. Damit ich wirklich eine Übersicht habe, wo geht welcher Strom hin, welche Kosten wohin gehen. Mein Laptop braucht Strom, mein 3D-Drucker braucht Strom, mein normaler Drucker braucht Strom. Alles halt Kosten, die man geringfügig oder wenigstens ein Teil mit in die Kosten mit reinrechnen muss. Total wichtig. Weil, wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt 365 Tage im Jahr. Und du hast jetzt zum Beispiel 40, 50, 60, vielleicht auch 80 oder bis zu 100 Aufträge im Jahr. und jedes Mal fallen nur 40 Cent Stromkosten an ungefähr, dann kommt ja irre was zusammen. Also da kommt ja auf jeden Fall was zusammen. Und das ist natürlich total wichtig und auch richtig, was er sagt. Weil, wenn du einzelne Gerätschaften mit dem Stromzähler vernetzt und die einzelnen Positionen ausrechnen kannst, heißt das ja im Endeffekt, dass du für jede einzelne Position auch vernünftig ausrechnen kannst, was du dem Kunden berechnen kannst. Richtig, genau. Das ist der wichtige Punkt. Das sind wichtige Sachen, die viele Leute, die 3D-Druck verkaufen, nicht berücksichtigen. Und dadurch, es mag sein, dass es nur Cent-Beträge am Anfang sind, aber wie du gerade sagst, im ganzen Jahr sind das auf einmal Beträge von 20, 30, 50 Euro, die du nicht eingenommen hast, die dir aber Kosten für dich kosten waren. Da ist ja auch ganz klar, wenn du jetzt sagst, ja, wenn ich jetzt als Neuling sage jetzt mal, ja okay Paul, aber 50 Euro, scheiße ich mir halt drauf. Wenn ich das sagen würde, überleg mal folgendes, du könntest davon zwei neue Rollen oder vielleicht sogar fast drei neue Rollen Filament kaufen. Richtig. Wo wir beim nächsten Thema wären, Filamentmaterial. Worauf muss man da achten? Also das Wichtigste ist erstmal, entscheide dich für einen Hersteller, damit du so wenig Probleme wie möglich beim Drucken hast. Wir haben am Anfang sehr viel ausprobiert, wir haben Filament für 10 Euro gekauft gefühlt, wir haben Filament auch schon für 40 Euro gekauft. Und letztendlich muss jeder für sich selber entscheiden, womit, mit welcher Qualität, mit welcher Marke, mit welchem Hersteller er am zufriedensten ist. Und da sind wir jetzt ungefähr zwischen 20 bis 25 Euro, haben wir einige Hersteller, mit denen wir sehr zufrieden sind. Und damit berechnen wir halt auch immer die Stromkosten. Der Vorteil ist natürlich, du kannst den genauen Preis im Slicer, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Prusa-Slicer oder ich habe mit dem Prusa-Slicer immer die Kosten errechnet. Und da können wir ganz genau in den Einstellungen eingeben, was kostet ein Kilo Filament. Und dadurch spuckt er mir ganz genau den Preis raus an Filamentkosten. Und da kommen natürlich dann nochmal die Stromkosten nochmal separat obendrauf. Und so kannst du am Ende den genauen Preis ermitteln. Ja, falls du dich gerade fragst, warum ist das überhaupt wichtig, dass du dann ein vernünftiges Filament für dich findest? Erstens sparst du Geld, wenn du bei einem bleibst, wie Paul schon gerade erzählt hat, weil es gibt viel Fehldrucke, wenn du dich auf einen zum Beispiel verlässt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich am Anfang schwarz günstig gekauft habe und ich habe immer Haftungsprobleme gehabt. Das heißt, am Anfang hatte ich das immer, dass ich bestimmt eine halbe Rolle gefühlt weggeschmissen habe, nur weil die erste Schicht immer im Arsch war. Und das ist natürlich mega ärgerlich und kostet dich im Endeffekt auch Geld, weil Material ist natürlich auch gleich Geld für dich. Und erst mal das, das ist der erste Punkt. Und das, was du eben gerade nochmal angesprochen hast, ist natürlich auch mega wichtig. Und da fällt mir noch ein wichtiges Thema am Rande ein, und zwar wie du vernünftig Geld sparst. Also viele machen den Anfängerfehler in Anführungszeichen. Wir machen den heute auch ab und zu nochmal, weil da manchmal geile Sachen bei sind. Aber viele kaufen einfach nur bei Amazon, holen sich dann eine Rolle, bezahlen Versandkosten, die du auch im besten Fall einberechnest. Und vielleicht kommt das ja noch unter sonstige Kosten. Aber du hast halt das Problem, dass deine Filamentrolle viel zu viel kostet, weil dazwischen noch Zwischenhändler sind. Das heißt, warum kaufst du die Filamentrolle nicht zum Beispiel bei Alibaba oder bei AliExpress, wo sie günstiger sind? Es hat tatsächlich nichts mit der Qualität zu tun, dass du die Rolle bei AliExpress oder irgendwo anders kaufst, sondern es sind einfach immer noch Zwischenhändler, Zwischenhändler, Zwischenhändler. Und die wollen alle Geld verdienen. Und letztendlich ist anstatt bei AliExpress für 10 Euro die Rolle, findest du bei Amazon dann für 30 Euro die Rolle. Und da hast du dann 5 Leute oder 5 Zwischenhändler vielleicht nochmal ein paar Euros beschert. Und du hast am Ende total die hohen Kosten, die du wiederum auch deinem Kunden weitergeben musst. Und im schlimmsten Fall so nicht konkurrenzfähig bist, weil du viel höhere Preise anbietest als die Konkurrenz. Ja, dann noch ein kleiner Bonustipp. Guck mal bei den Herstellern, die du gern hast, ob die eine große Website haben. Und dort kannst du meistens in großen Stückzahlen auch einkaufen und zu viel günstigeren Preisen. Wir haben nämlich bei uns jemanden, wo wir schwarz und weiß für fast ein Drittel kaufen können. Also unglaublich günstig. Und da würde ich auf jeden Fall dir raten, geh auf jeden Fall auf die Webseiten von deinen Anbietern und schau, ob man da günstiger rankommt. Das aber nur kurz am Rande. Richtig. Und genau bei größeren Projekten oder gerade mit großen Projekten möchte man ja am meisten Geld verdienen. Und da ist es sehr ärgerlich, wenn du einfach hohe Filamentpreise hast. Und im Gegenzug zu günstigen Preisen könntest du dann einfach einen viel günstigeren Preis anbieten. Der Kunde freut sich viel mehr, hat ein viel besseres Erlebnis, kommt im besten Fall sogar nochmal auf dich wieder zu, weil er den besten Preis einfach bei dir erhalten hat. Ja, und für dich ist es ja nicht schmerzhaft in dem Fall, weil das lag eigentlich nur an dem Einkaufspreis. Gut, dann der nächste Punkt. Wenn du jetzt am Drucken bist und du hast natürlich schon ein paar Aufträge gehabt und so weiter und so fort, passiert nämlich folgendes. Deine Maschine fängt langsam an, entweder zu verschleißen oder sie zickt manchmal ein bisschen rum. Und das kostet Geld. Richtig. So, und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Die Verschleißteile oder überhaupt Wartungsteile, die du für deinen Drucker kaufen solltest und die du natürlich auch in deine Kosten mit einberechnen oder berücksichtigen sollst. Es sind so wie Ölefette, es ist mal ein neues... PFTE-Röhrchen. Das auch, was natürlich gerne mal verstopft und ein Grund wäre, damit du nicht weiter drucken kannst, aber ein... Was willst du? Die Platte. Die Stahlplatte? Ja, die Stahlplatte. Die Druckplatte. Die Druckplatte. Die Druckplatte. Wie heißt die Scheiße? Kommt drauf an. Ja, diese pulverbeschichtete... PEI-Pulverbeschichtete Federplatte. Ja, genau. Pulver... Ja. Die kann natürlich auch nach vielen Drucken und viel Abnutzung kann die auch einfach mal neu bestellt werden. Da ist man ungefähr bei 40 bis 60 Euro. Generell Austauschteile, ne? Akupunkturnadeln immer ganz wichtig, bevor die Düse verstopft oder Düsen allgemein. Ich hatte mir damals ein schönes Paket gekauft, um einfach mal verschiedene Größen an Düsen auszuprobieren von 0,4er Düse, 0,6er, 0,8er, 1mm Gips. Ja gut, aber wenn man jetzt mal kurz die Druckkosten, zu dem Thema Druckkosten an sich kommt. Du zählst so gerade auf, was man einkaufen muss. Wie rechnet man das dann ein? Also sagst du im Endeffekt, am Ende des Jahres zum Beispiel mache ich mal eine Kostenaufstellung und überlege mal, was habe ich an dem ganzen Kram überhaupt eingekauft? Sowas wie Akupunkturnadeln und Stahlbleche und sowas. Also im besten Fall sowieso alles dokumentieren, was man für den Drucker gekauft hat. Egal ob es Düsen sind, ob es Nadeln sind, ob es irgendwelche Hilfsmittel sind. Und da würde ich einfach mal pauschal dann am Ende zusammenrechnen oder insgesamt einfach mal als Überblick behalten, was für Geld man ausgegeben hat, um den Drucker beim Laufen zu lassen. Beim Laufen zu lassen. Laufen zu leben. Ich weiß nicht, wie das heißt. Gut, dann haben wir das Thema auch abgehakt. Also Maschinen und Wartung, ganz, ganz wichtig, dass du das auch irgendwie mit einberechnest. Also einmal natürlich die Anschaffungskosten für den Drucker selber und natürlich die Wartungskosten, die du in der laufenden Zeit für den Drucker ausgegeben hast oder welche Kosten du ausgegeben hast. Genau, die könntest du ja auch rein theoretisch am Ende des Jahres durch die Aufträge teilen, die du hattest und durch die Position und so zu erkennen, wie viel ungefähr pro Druckauftrag so gesehen dabei flöten geht. Richtig. Könnte man auf jeden Fall sagen. So, dann Arbeitszeit und Arbeitskosten. Was meinst du denn damit? Sehr interessant. Arbeitszeit und Arbeitskosten. Also die Arbeitszeit, die du wirklich effektiv dafür benötigst, um ein Angebot für einen Kunden zu erstellen und ihm zu übersenden. Ein Kunde schickt dir einen Auftrag per Mail oder wo auch immer, nehmen wir jetzt an per Mail und sagt, Hi Paul, ich benötige folgendes Teil bitte als Druck. Kannst du mir dies bitte zusenden und mir einmal mitteilen, welche Kosten auf mich zukommen werden. So, dann setzt du dich an den PC hin. Da sind wir wieder, der PC braucht erstmal Strom. Das hast du ja alles schon mit reinberechnet oder behalten wir im Hinterkopf. Und ab dem Zeitpunkt, wo du dich quasi an den PC setzt und ausrechnest, was der Kunde für einen Preis bezahlen soll, die Zeit müsstest du ja quasi auch irgendwie mit reinrechnen. Ja, auf jeden Fall. Machen ganz, ganz wenige Leute. Die meisten, es gibt ja wirklich, das haben wir jetzt schon so oft behandelt, aber es gibt ja wirklich Leute, die nehmen wirklich nur 1 Euro. Wenn sie jetzt ein Produkt in der Größe drucken sollen, nehmen die vielleicht 20 Cent oder sowas und bezahlen vielleicht sogar noch den Versand oder was weiß ich. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was Unternehmertum ausmacht, dass man einfach selber vernünftig die Position dann aufsplittet und seien sie noch so klein, da gehört das rein. Verdammt nochmal ist deine Leistung und deine Leistung ist verdammt nochmal was wert. Also klopf dir auf jeden Fall selber auf die Schulter und verkauf dich nicht unter Wert. Das ist ganz wichtig, weil viele orientieren sich einfach nur an den Druckkosten und diese sind im besten Fall, bei 3D-Druck ist es natürlich ein Vorteil, du hast sehr geringe Druckkosten. Heißt aber nicht, dass du diese sehr geringen Kosten einfach 1 zu 1 an deinen Kunden weiterzugeben hast, sondern du hast auch selber Kosten gehabt und du hast Zeit geopferst, um deinen Kunden etwas zu bieten, was er haben möchte. Und das kannst du dir verdammt nochmal vernünftig bezahlen lassen. Und jeder andere, wenn du mit deinem Mercedes zu einer Vertragswerkstatt hinfährst und das Teil kostet nur 20 Cent, dann berechnet Mercedes die auch nicht nur 20 Cent, sondern erstmal die Arbeitszeit, die ganzen Kosten, die drumherum gehören, die Lagerhalle quasi, wo die Werkstatt stattfindet oder die Werkstatt ist. Und das sind auch Kosten, die bei dir zu Hause auch anfallen. Heißt nicht, dass du deine Wohnung mit reinrechnen sollst. Müsstest du auf lange Sicht natürlich auch, wenn du dafür Miete zahlst. Aber alle Kosten, die dazugehören. Und du musstest nicht mit 60 Euro die Stunde deinen Lohn berechnen. Ja, also das ist ganz wichtig. Deinen Lohn auch berechnen. Da kommt ja auch das hinzu, dass du selber, wenn du dann deine Position aufschreibst, das machen die wenigsten, dass sie ihre eigene Arbeitskraft mit reinpacken. Das vergessen die meistens. Wie viel bist du denn pro Stunde wert? Musst du dich mal fragen. Und das kannst du dir auch selber ausrechnen. Und da musst du dir immer schauen. Zum Beispiel im CAD-Design berechne ich locker 45 Euro pro Stunde. Warst du wenig? Ja. Okay. Ich nehme 65. Echt? Und anscheinend hast du... Vielleicht bist du besser als ich. Das kann natürlich sein. Aber kenn auf jeden Fall deinen Wert und setz es irgendwo an. Ich bin ja zum Beispiel bei CAD bei 45 die Stunde. Kommt natürlich darauf an, wie du dich da in dem Sinne verkaufst. Und jetzt mache ich mir natürlich gerade Gedanken, dass ich auch ein bisschen höher gehen könnte. Aber das nur mal kurz am Rande. Also auch du als 3D-Drucker, wenn du deine Arbeit machst, wie Paul eben schon gesagt hat, dass du aufschreibst, Rechnungen schreibst und so weiter. Das sind ja auch irgendwie Büroverwaltungskosten, die entstehen für dich als Arbeitskraft. Und die musst du natürlich auch angeben. So. Dann nochmal sonstige Kosten. Das können natürlich sowas wie Versand sein. Was gibt es noch für Pipifax-Kosten? Die ganzen schönen Verpackungseinheiten, um deinem Kunden ein 3D-gedrucktes Modell zu schicken. Das muss ja irgendwo reingepackt werden. Dann brauchst du noch Druckerpapier, Tinte. Richtig. Das sind alle Sachen, die brauchst du. Also für einen Beilegzettel zum Beispiel. Da sind wir auch wieder beim Punkt, das sind nur Centbeträge im besten Fall. Aber auf lange Sicht. Und wenn du sehr viele Aufträge hast und sehr viel verschickst, was du ja auch selber wahrscheinlich möchtest, kommen da auch schon wieder ordentliche Summen zusammen, die du letztendlich auch deinem Kunden berechnen darfst und sollst, musst. Ja, guck mal, wie scheiße teuer so eine Druckerpatrone ist. Du hast das Gefühl teurer als Filament. Oder ist sogar teurer. Das ist gar nicht so abwegig. So, abschließend kann man natürlich sagen, das sind jetzt irre viele Sachen, die wir mal aufgezählt haben. Und ich bin mir sicher, ihr findet auch noch was. Schreibt es mal ruhig in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Haut es mal rein. Vielleicht ist uns irgendwas entgangen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen, wenn ihr das ergänzt. Und zweitens, wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, das ist aber voll viel und auf was muss ich denn achten? Soll ich mir jetzt 30 Mal das Video angucken? Nein, musst du nicht. Wir haben für dich ein kleines E-Book zusammengestellt, einen kleinen Report, wo das nochmal alles steht, aufgesplittet, nochmal ausführlich erklärt. Und da hast du die Möglichkeit, dir das einfach auszudrücken, an die Wand zu hängen und sofort kannst du immer sagen, okay, darauf muss ich achten, das habe ich vielleicht vergessen, so dass du dann vernünftig auch deine Rechnung schreiben kannst. Wir möchten einfach, dass du jederzeit eine Übersicht hast, welche Kosten du weiterleiten kannst, damit du auf den Kosten nicht sitzen bleibst und damit du mit deinem 3D-Druckgeschäft auch profitabel am Ende des Monats sagen kannst, ich bin im Plus, weil ich richtig gewirtschaftet habe. Ganz genau. Hat dir das Video gefallen? Wenn ja, lass uns ein Like da, kommentiere selber, wir freuen uns natürlich immer auf Feedback und lass uns auf jeden Fall ein Abo da bei Print Your Cash und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020